Und wie machst du das jetzt morgens? Wie machst du dich fertig? Meine Mama kommt morgens immer vorbei. Also die fährt ja eh auf den Weg zur Arbeit mehr oder weniger vorbei. Und dann kommt die eben kurz rein. Und je nachdem was ist, wenn ich jetzt nicht irgendwo hin muss oder so, dann muss ich mich ja jetzt nicht wieder fertig machen. Aber die bringt mir dann halt immer was zu essen mit. Und ja, das ist schon praktisch. Und die Nacht ist dann nur wieder hier oben. Und die ist echt auf dem Kopf. Hey, super. Und was hat der Arzt gesagt? Ich hab jetzt aber keine noch dran, das ist schwindig. Ach Quatsch, mach. Du hast doch gar keine Instagram-Bilder hier mit deinem Bein gemacht. Ich bin nicht hierhin gejagt. Oh sorry, es tut mir leid, aber... Oh mein Gott, hast du dir ein Bein wie getan? So könnte man doch ein super Bild machen. Oh ja, das sieht schön aus im Moment. Oh 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 oh